Joooooo Leute! 50 Likes haben wir easy erreicht! Ich bin echt überrascht von euch! Ich hab doch gesagt, lasst 70.000 machen, aber nein! Dann hört er keinen Sack zu! Also ihr wisst wie es läuft! Wir rufen bei Immobile.de Leute die ein Auto verkaufen an! Rufen wir den an! Er gibt mir 5 Begriffe! Ich gebe den 5 Begriffe! 5 Begriffe! Und dann stressen wir die halt ein bisschen! Zum Part 1 kommt ihr dann in der Videobeschreibung ganz oben verlinkt! Also dann bis gleich! Die Karre für Dennis steht auf 100 BMW, 520er, steht auf schwarz! Der zieht schon! Und ja, der hat seine 5 Begriffe! Also Eichelkäse, Pferdeschwanz, Gülletaucher, Angela Merkel und Stroh! Besser geht's gar nicht! Wie soll ich das mit Rellen bringen? Das geht schon! Mach das nicht! Ich kann mich ficken! Das geht schon! Also bis zum Paul! Wir rufen an! Das geht schon! Das ist ein Punkt! Das geht schon! Das geht schon! Das geht schon! Und der ist nicht an! Hallo, Gölntaucher. Ich ruf an wegen dem BMW 25 an. Ja. Ist er noch da? Ja. Gut. Ja, ich habe die Fotos angeschaut. Und kann es sein, dass Stroh irgendwo, also ist er durch Stroh gefahren? Stroh? Strom. Was ist Stroh? Stroh. Ich verstehe nichts, was ich mache jetzt. Stroh, Strohstraßen. Also Schnellstraßen. Autobahn. Ja, ja. Ja. Harte Durchzug. Ja. 170 Personen reichen, oder? Ja, ja. Ich habe 150 Personen, ja. Ah, gut. Ähm. Driften geht locker mit Pferdeschwanz, oder? Ja. Mit Pferdeschwanz haben sie schon versucht zu driften. Ja, ich verstehe nicht, was sie meinen jetzt, wie ich habe sie gespielt. Ja, ähm. Hat das Auto Eichelkäse? Was hat ihr? Eichelkäse. Das heißt, Reinigese. Ja, auf Sitzen. Sind die Sitze gereinigt? Ja, das ist Original. Sie haben sich nicht gekauft. Ah, Original? Achso, okay. Gut. Ja, dann frage ich die Angela Merkel und ruf sie dann spät zurück. Ja, okay. Wo haben Sie was? Ja, gut. Danke. Servus. Oh mein Gott. Ja, das ist der mit Eichelkäse. Ja, ja. Götti, die Tür, Servus. Na ja, kommen wir zu meinem Auto. Yo, Leute. Yo, Leute. Meine Begriffe, meine Karre. Meine Begriffe, sein Leben, seine Karre. Ein Audi A3. Richtig. Tuning-Karre. Und die Begriffe, Jesus, Untermensch, Dritte Welt, den Blindenhund, Blindenhund und Illegale Einwanderer. Da habe ich schon noch eine Idee. Gut. Bis zu Karl. Karl. Ja, hallo, Untermensch am Apparat. Ich ruf an wegen dem A3. Ist der noch da? Ja, das Auto habe ich noch. Ah, haben Sie noch. Ja, ist das Auto tiefer gelegt? Ja. Sind da in dem Auto illegale Einwanderer mitgefahren? Ist alles, alles angetragen. Aha. Ja, ist, genau, ich suche für Frau Auto. Sie steht auf Böse Onkels. Ja. Ich habe gesehen, Sie haben ein Sticker da drauf. Was? Ja, ist das originale Schürze vorne? Nee, das ist ungebaut. Jesus, Maria, Jesus, Maria. Ach. Ja, und die... Das Auto ist gemaktsportlich so. Ah, aha. Von dem, ohne, ohne. Kompte nicht so. Aber da geht ich Export nach Dritte Welt. Export nach Dritte Welt, ja? Ja. Wo ist das? Äh, bei Russia, bei Russia. Bei Russland? Ja. Aber ich rede nicht so gut Russisch. Sind da blinde Hunde mitgefahren? Ich kann dir nicht genau sagen, blinde Hunde aber du musst bis zu uns in Berlin, komm mal hier und schau mal Auto, Torbefahrt, das, das, das. Das Auto hat seine Kilometer-Regionale Fertig sehr, sehr gut und dann kannst du eine Entscheidung nehmen. Erstmal, wenn du dein Auto ein bisschen verhalten musst, was du dein Auto gesagt hast. Wir haben telefonisch so viele Darts, Darts, wegen Preis, wegen Darts, wegen Kraft, eine kleine Beule, keine Rausspuren. Deswegen kommst du hier, anschauen, machen wir unsere Kennzeichen von Firma rein, kannst du ein Wort ein bisschen fahren. und gucken, was mir fehlt und was mir fehlt. Ja, ja, okay. Für mich sehe ich besser, aber für dich glaube ich aus. Ja, ja, okay. Ja, dann schau ich mal noch. Rufe dann noch mal später an. Ja. Nu, dann, paka, paka. Okay, ciao. Dabei tschüss. 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 Wo ist das denn? Bei der dritte Wörl. Ah, schön. Illegale Anwanderer, ja ist alles eingetragen. Ist alles eingetragen? Ist alles eingetragen? Ist alles eingetragen? Yo. Leute, das war jetzt das Ende des Videos. Hat es euch gefallen? Lasst ein Like und ein Abole. Wenn es auch nicht gefallen hat, lasst ein Like und ein Abole. Aber es hat euch gefallen. Teilt das Video auf Facebook, Instagram. Überall. Also, wollt ihr noch einen dritten Part sehen? Vielleicht. Möglicherweise. Bei wie viel Likes? Ich bleib immer noch bei meinen 70,000. Nein. Nein, nein. Ich hab gesagt bei 75 Likes. Kann man da was machen? Also, haut rein Leute. Peace out. Bleibt real. Und?